Mein Name ist Lena Hoschek, ich habe ein eigenes Modelabel seit zwölf Jahren. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man das Mädchen in sich immer behält, weil es einem durch Schwierigkeiten durchhilft und auch durch einen stressigen Alltag oder auch durch große Herausforderungen, die man dann als erwachsener Mensch meistern muss. Wir leben in einer tollen Zeit, wo man alles darf als Frau. Alles zu dürfen und alles zu können und dann vielleicht sogar zu müssen, ist natürlich auch ein großer Druck. Und deshalb ist dann die Besinnung auf das innere Mädchen, ist dann schon wahnsinnig wichtig auch. Ich finde, das Mädchen steht auch für Hoffnung, für Romantik, für eine gewisse Blauäugigkeit, einfach positiv sein. Ohne jetzt die erwachsene Frau von mir schlecht darstellen zu wollen, aber das Mädchen in mir, wo es immer wieder rauskommt, ist natürlich beim Humor. Ich habe einen wahnsinnig anspruchslosen Humor oft. Und ich finde es auch wichtig, dass du über alles lachen kannst, auch wenn der Schmäh irrsinnig schlecht war oder es vielleicht einfach nur Slapstick im Alltag ist. Es ist schon, wie soll ich sagen, es ist alles ein guter Anlass für ein Lachen.